Ja, liebe Freunde, was war das für ein Spiel gegen Ingolstadt? Lange nichts passiert. Im letzten Drittel dann das Tor für die Ingolstädter und ich hole den Torhüter raus und dachte mir, okay, hake ich das Spiel ab, das Zweite zu Null verloren und dann mir nichts, dir nichts, kommt der Anschlusstreffer und dann, wer sagt es, in der Verlängerung doch noch gewonnen. Habe ich persönlich nicht damit gerechnet. Aber was mich jetzt mal persönlich mehr interessiert, Tabelle, wo sind wir denn? Vor allem wo ist Kassel? Berlin, DG ist Neunter, Kassel ist Zehnter. Ah, wird ja natürlich ein Salon Erster, oh mein Gott. So, dann wollen wir direkt ins Spiel starten. Und? Ja. So. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und, ja, Scheibenkleister Laufkreuzer, lauf Meine Nase juckt So geht euer Kasten, Mann Was macht der denn da? So, jetzt konnte ich ja nicht mal meine Nase jucken Dass es dafür keine Strafe gab, wundert mich eigentlich So 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 Und, äh Ah Huch, da liegt da mein Schläger Oh, da lag mein Schläger Mann, warum verliere ich denn jedes Bulli schon wieder? Das ist doch kacke, Mann Huch So Ach, schade Nix da Nein Was war das? Was war das? Ne, das Tor Das war dein letztes Spiel, was da drinnen war Ganz ehrlich Und schon wieder ein Bulli verloren Nein, 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 nein Boah Na, wohin? Na, super, ey Das gibt es nicht Lauf, lauf, lauf Na Nach wohin So Erste, dritte vorbei Und es steht 1-0 Jo 1-0 für Kassel Kann ich ja mal gar nicht drauf ab, ja Der war getunnelt So Und auf geht's in die zweite dritte Ach, Mann Oh, nein Nein Na, ach so Na, ganz toll So Oh, hier hat man ein Bulli gewonnen Das kann doch echt nicht wahr sein Und so Und so wieder kommt der Schiri an Hä Alter Geht nicht Der war gefährlich, der Schuss Der war richtig gefährlich Der war richtig gefährlich So, Reed Nichts da, nein Geht nicht, Mann Geht nicht, Mann Ey, ich komm da nicht durch So, jetzt aber mal wieder, komm So, jetzt sind wir drin Boah Ja, ganz toll Ja, ganz toll Drecks Schiri, Mann Das gibt's doch nicht Schon wieder fast Schon wieder fast Fasten So 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 Okay, okay Mann, 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 Mann Schon wieder ein Schläger kaputt, oder? Nee, doch nicht Zweite, Drittel vorbei und es steht nach wie vor eins nur für Kassel, ey. Boah. Und da sind so knappe Sch... Das da. Alter Schwede, ey, das hätte das sicherer 1-1 sein müssen. Gib es nicht. Gib es nicht. Nee, glück als der Stand. So. Aaaaaah. Nee, 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 nee. So. Ach, Mann. Oh, Collins. Das kann doch echt nicht wahr sein. Alter. Wo ist er denn? Ach da. Huch. Oh, 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 nein, 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 nein. Ach, was mach ich denn da? Boah, ey. Das gibt's nicht. So, Kaufmann. Kaufmann. Wie auch immer. Ah. Huch. Na, super. Na, super. So, Kutscheen. Schießen. Und... Schießen. Ach, Mann. So. Wo sind denn meine Leute, Mann? Oh, Mann. Alter. Das gibt es doch gar nicht, Mann. Nicht schon wieder zu Null verlieren. Getting close to that final buzzer here in this third period. Castle's protecting that 1-0 lead. That goal came back in the first period. Hey, hey, hey. Got time. Offensive opportunity, three on two. Ferentis. Hey. Washeery. Hey. 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 Hier muss echt mal was passieren. Oh, Mann. Oh, Kreuzer. Oh, Mann. das gibt es doch nicht das war mein wecker sorry kann echt nicht wahr sein oh nein leck mich doch mal fett gibt es echt nicht man vier drei zwei null verloren leck mich doch fett ja und Und mit diesem Conclusions, wir sehen uns die drei Starke Selektions für heute. Der zweite Star ist, Vorcassel, Nummer 31, Adam Houser. Und der zweite Star ist, Vorcassel, Nummer 17, Ja. Gut. Das zweite Spiel in so kurzester Zeit zu Null verloren. Geht mir das auf den Sack, ey. Sorry, ist aber so. Hm, keine Mucke. So, das nächste Spiel ist zu Hause gegen Hannover. So, und woher haben wir Hannover? Kassel. Schwier, der Zwölfte. Hannover ist auf dem Letzten. Na, da muss ich doch mal gewinnen. So, ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Dach noch. Geht raus, macht was, grillt. Wozu ihr ja Spaß habt. Man sieht sich definitiv bald wieder. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.